Was sind Sonnenflecken? Unter meinen Videos kommt diese Frage eigentlich mit am häufigsten vor. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich da mal ein Video drüber und erkläre mal genau dieses Phänomen. Also Sonnenflecken sind dunkle, in sich abgeschlossene Bereiche, die auf der Sonnenoberfläche, also der Photosphäre, auftauchen. Dies sind dann Stellen im Vergleich zu anderen Bereichen der Sonne, an denen die Sonne dann kühler ist und somit weniger Energie über diese Bereiche abstrahlen kann, also weniger sichtbares Licht. Und das macht es dann möglich, mit einer Sonnenfilterfolie diese Bereiche genau beobachten zu können. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Sonne beträgt etwa 6000 Grad Celsius. Sonnenflecken dagegen sind im Kernbereich etwa 2000 Grad Celsius kühler. Das hängt ja natürlich von vielen Faktoren ab, welche Temperaturdifferenz letztendlich dann wirklich auftritt, aber im groben Ganzen kommt diese Temperaturdifferenz hin. Die Entstehung von Sonnenflecken ist sehr komplex. Mehrere Faktoren hängen damit zusammen, die einen Sonnenfleck entstehen lassen. Aber entscheidend ist im Endeffekt eine örtlich begrenzte Störung im Magnetfeld der Sonne. Und dieses Magnetfeld ist immens. Und dazu steigen am Anfang, bevor ein Sonnenfleck entstanden ist, Magnetfeldlinien aus der Photosphäre bis weit in die Corona hinein und stören damit den Fluss der Energie, die aus dem Sonneninneren Richtung Oberfläche strömen. Das ist dann der Beginn eines Sonnenflecks und wird dann Pore genannt. Das Fortpore klingt natürlich selber eigentlich klein, aber im Endeffekt können diese Poren auf der Sonne dann schon mal Größen unseres Mondes erreichen von mehreren tausend Kilometern. Das ist dann der erste Schritt. Und nach diesem Schritt bildet sich an dieser Pore der erste Sonnenfleck. Und innerhalb kurzer Zeit östlich davon weitere kleine Flecken, die dann so bestehen bleiben oder eben sich auch verschmelzen zu größeren Sonnenflecken. Und eben habe ich ja gesagt, dass die Magnetfeldlinien zu Beginn eines Sonnenflecks aus dieser Pore austreten und weit in die Corona hineinstrahlen. Und diese Magnetfeldlinien treffen in der Nähe dieses Austritts wieder in die Sonne ein. Und an dieser Stelle bildet sich ein weiterer Sonnenfleck. Und in der Nähe bedeutet dann auch im Größenverhältnis der Sonne mal wieder einige tausend Kilometer Entfernung. Und zwischen diesen zwei entstandenen Sonnenflecken können immer mal wieder kleinere Sonnenflecken entstehen, die aber nie lange existieren und wieder auftauchen, verschwinden und neue auftauchen und das kann so weiterlaufen. Aber von langer Dauer sind diese kleinen Sonnenflecken nie. Interessant ist, dass der Sonnenfleck, der in dieser Gruppe als erstes entstanden ist, also der Ursprungssonnenfleck, der einzige ist, der mehrere Monate überstehen kann. Aber das ist natürlich nicht die Regel, denn die meisten Sonnenflecken, also über 50 Prozent, bleiben nicht länger als zwei Tage bestehen und nur 10 Prozent werden älter als 10, 11 Tage. Und die meisten Sonnenflecken schaffen nicht mal eine Gruppe auszubilden, sondern existieren nur alleine und verschwinden dann nach kurzer Zeit wieder. Und um sich vorstellen zu können, welche Größe ein Sonnenfleck hat, der eigentlich im Verhältnis zur Sonne sehr klein wirkt, habe ich folgende Grafik erstellt. Auf dieser sieht man die Erde im Verhältnis zu einem Sonnenfleck, der nur einzeln bestanden hat und keine Gruppe ausgebildet hat. Sprich, ein relativ kleiner Sonnenfleck. Und jetzt zum Schluss die Frage, was bringt es einem, die Sonnenflecken zu betrachten? Denn das Interessante ist, dass die Zahl und die Größe der Sonnenflecken als Anhaltspunkt genommen werden kann, um die Sonnenaktivität einzuschätzen. Denn die Häufigkeit der Sonnenflecken ist periodisch, sprich, es wechselt sich ein Maximum und ein Minimum in einem Abstand von, in dem Fall, 11 Jahren ab. Das heißt, während des Maximums ist die Anzahl der Sonnenflecken an bestimmten Tagen relativ hoch. Und dann während des Minimums kann es vorkommen, dass es über eine Strecke von 180 Tagen oder 200 Tagen kein einziger Sonnenfleck auftaucht. Und das war das Video zum Thema, was sind Sonnenflecken und wie entstehen Sonnenflecken? Das war's! W Thunder.